hey o leute willkommen zurück bei beinig auf eisig wir haben den kompass haben fünf leben durch die katze ist die frage wollen wir ganz nach nord oder wenn wir nach rechts gehen der boss befindet sich ja hier also entweder geht es hier so weiter nach rechts oder hier und dann bin ich nicht so ganz immer so nach norden unnötiger treffer aber passiert nun mal leider öfters bei mir zu oft für meinen geschmack ja schön ok damit wäre es nur noch einer von denen und darüber sollte ich mir eigentlich keine sorgen machen über so einen ok damit heißt es der boss ist eindeutig da muss ich auch gegen chubby muss ich eigentlich auch keine bedanken machen der war jetzt doch ganz so viel aus muss ich mal sagen und wir bekommen für imprints so mini brains sack ich mach ein bisschen range ab noch ich habe speed up bekommen ok gegen skorlex bereithalten der ist ja bloß an einer feld rüber ja oder skorlex der große bruder von pillen jetzt müssen wir genau da treffen wo er rauskommt jetzt kurz getroffen ok hälfte dauern ok schön die flamme rein sehr gut ok wir haben umgebracht nochmal breakfest und das ist gleich eine xl welt heißt wir kommen jetzt gleich zum mutter rein hei yang der witzker jack ok wir kommen uns erstmal um die augen hier ok So, weiter Flammen hier rein. Kiegt er immer wieder hoch, Hansa. So. Okay, jetzt kommt sie, jetzt rastet sie aus. Okay. Okay, jetzt könnten wir in den, weiter tiefer gehen oder wir beenden die ganze Sache. Wir gehen weiter tiefer. Ja. Wir haben damit eigentlich mehr oder weniger freigeschaltet, das nächste Item. Wir können uns damit selber zum Hangout Man machen, die Lasche. Und dann gehen wir runter. Noch eine Ebene tiefer. Wird trotzdem Wubb 2 genannt. Wird wahrscheinlich eben nicht Wubb 2 sein, sondern es ist. Bischau. Und wir gehen gleich zum Berichtung Boss. Ja. Ja, 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 ja. Ich mache ein halbes Herz. Das machen wir kaputt. Oh, mein halbes Herz. Sehr gut. Zwei Greedys. Zwei Greedys ist nicht super. Ah, fuck it. Eigentlich kann ich die Flamme noch rausschießen. Super. Wenn Greed ein bisschen runterkommt. Komm schon. Oder komm über mir. Maggie kann auch nichts machen, leider. Ich bin safe. Okay, der spuckt hier schon wieder noch ein nöcher. So, jetzt spawnt er erstmal. Ah, verdammt. Nächste Spawn. Komm her. Komm hoch. Yes. Okay, einer ist down. Zweiter ist down. So viel Zeug. Geld. Und wir sehen hier, es gibt keinen einzigen Shop. Und der nächste Boss, der ist so übel. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn einmal besiegt hatte. Ja, ja. Verdammt. Ach, mein Herz. Gut. Okay, okay, okay. Gut. Hier rauf, hier rauf. Brauchen wir keine Gedanken machen. Jetzt warten wir nur ab. Bis hier irgendjemand einen Fehler macht von denen. Okay, da ist ein Fehler. Ach, komm schon. So. Die Musik ist so krass. Das ist noch nicht immer das höchste aller Gefühle. Show. So. Sehr gut. Platt gemacht. Wir müssen hier oben lang. Ach, komm schon. Echt. Famine. So. Ja, da blieb aber viel im Hals stecken. War, Famine? Komm schon. Sehr schön. Das ist die Blutbank. Okay. Nein. Jetzt habe ich dein Herz verloren. Ich will dich doch gar nicht. Fuck it. Wie soll ich den Raum schaffen? Ich weiß es nicht. So, ich muss überleben. Nein. Nein. Okay. Kurz. Es explodiert. Und jetzt runter, runter, rein. Oh, fuck it. Oh nein. Ich bin nämlich nur umspawned, wenn ich sterbe. Und, oh, wir sind tot. Hab ich damit die Challenge geschafft? Ähm. Nein? Ach, nur weil ich es nicht abgeschlossen habe, oder was? Aber wenigstens hat er es mal als Marmenkill durchgehen lassen. Ei, 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 ei. Gut, Leute. Ich werde es mal abkürzen und sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.